amerikaner ist sieht aus die löwenkind guck mal den kopf Hey ihr jimmys was geht ab dies wieder peterle mit einer neuen folge minecraft master bildes und heute habe ich den lieben baron LP dabei Hallöchen Oh Batman Batman Ich hab da keine Ahnung wie ich den bauen soll Ich auch nicht warte Ja Leute heute haben wir ein ganz lustiges thema eigentlich das thema Team speak denn viele von wacht ich muss erst mal googeln wie batman überhaupt aussieht Er ist der freund und helfer Ich weiß zwar wie er aussieht aber ich habe keine ahnung wie ich das umsetzen soll ja ist leider wirklich wahr gibt es grau hier als farbe Auf jeden fall leute zum thema Team speak habe hier haben wir uns halt gedanken gemacht was können wir machen wollen wir das wort machen und ja wir haben jetzt einen eigenen team speak Da saß der liebe baron der gerade mit mir zockt der saß die ganze zeit da dran Hab alles hat diesen eingestellt genau und hat dieses ganze ding eingestellt damit wir Demnächst zusammen quatschen können das heißt kommt ruhig mal ich schreibe euch hier unten in den link Zum also zur ip Und in die video beschreibung dann kommt auch gerne mal Auf den team speak man können wir quatschen da gibt es auch support wenn ihr wobei irgendwo hilfe braucht Wenn ihr irgendwelche fragen habt oder wenn ihr einfach mit quatschen wollt kommt einfach ruhig mal da rein Und dann können wir das machen und ich möchte mich auch bedanken bei baron der das ganze organisiert hat war ja kein problem Und der ist auch für euch da wenn ihr fragen habt natürlich Bin ich? Der ist dann Okay Der kommt dann einfach und sagt ja okay ich helfe euch Ich regel das schon Ich schlag alle zusammen halt Ich schlag alle zusammen genau Er ist halt der Türsteher Vom ganzen hier Kann ich mir richtig gut vorstellen Kommen die hier rein Alter das ist äh ne sache wenn du dann hier soundboards hast und so Was ich gerade baue es ist so Es ist so geil Ich baue einfach so einen Bauer Einen richtigen Bauer Einen richtigen Bauer Das sieht einfach so aus Er kriegt einfach den Schnur und weiß ich nicht Oh man Ich hab keine ahnung wie ich den bauen soll also von daher äh Ich weiß zwar genau wie er aussieht aber ich hab keine ahnung wie ichs machen soll Also ich hab so einigermaßen Plan Du wirst dich eh weglachen wenn du ihn siehst Ach Gott der ist jetzt total deformiert alter der Kopf Achso ich wollte auch sagen ich nehm auch noch mit auf also Ja genau da könnt ihr auch drauf schauen So Dann wisst ihr wie hässlich ich gebaut hab also dann seht ihr meinen Fortschritt der nicht fortschrittlich ist So Alter was mach ich denn hier Ich hab das selbe Problem Du willst den nicht sehen Alter aber es ist auch ein schweres Thema den zu bauen So oder so Oh Mann Was ich hier gerade baue das ist ja richtig verkrüppelt Das ist nicht feierlich was ich hier baue Gott oh Gott oh Gott oh Gott oh Gott Wenn wir mal von vorne gucken was Na was würde ich sagen was das ist Das sieht aus wie so ein äh Katzenäulenwesen Wie ne Ausgeburt der Hölle ja Also das könnte das beste sein was ich je gebaut habe Ja ich bin heute schlecht Das sag ich aber zu jedem zu jedem mal wenn ich irgendwas baue Ich mach halt einfach ein Zyklop kann ich auch ein Zyklop machen Ich meinst einfach mal Zyklop, Alter Bei mir sitzt das ist was ich hier gebaut habe Alter ich sieht aus Oh Mensch ey richtiger Dummkopf Solltest du den mal sehen Alter Ich weiß auch nicht Junge Das kann doch nicht wahr sein als ob ey Er kriegt hier noch fett Augenbrauen jetzt Und äh Das kann ich Ey Leute Das ist doch nicht mehr feierlich was ich hier baue Warte ich mach aus dem jetzt ein Teletag Ich krieg jetzt so ein Fernseher einen Bauch Auch wenn er da keinen Zyklop hat Was ich hier baue Alter das ist ja richtig Das ist ja richtig verstörend Also Ich guck mir das an und kann nur noch lachen Alter Ich hoffe dass die Leute auch mitlachen und meins gut bewerten Ich mein das Thema ist nicht komplett verfehlt Aber ich kann Meinst das glaub ich komplett scheiße Alter Du solltest meinen Bauern mal sehen hier Man erkennt gar nicht dass es Batman sein soll Ja das erkennt man bei mir auch nicht unbedingt Also Junge 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 ist das schlecht gebaut Da sieht er aus wie der Ameisenmensch Ameisenmensch Der Ameisenmensch der Hölle Ach Mensch Guck was hat er gebaut hier Das sieht aus wie Sieht aus wie so ein Ork Alter Was hat denn der da an Okay Das ist eigentlich Ich geb ihm okay Ja Ja Leute dann kommen wir nochmal zurück zum Thema TeamSpeak Da wird es auch halt zum Stream Würdest du halt auch mal Sachen geben So irgendwelche Veranstaltungen oder sowas Das ist gar nicht schlecht oder Das ist deiner ne Der Ameisenmensch Das ist der Ameisenmensch Das erkennt man direkt oder Amazing Und wenn ihr halt auch mal Ihr könnt einfach so kommen Denn wir spielen auch teilweise echt einfach so Irgendwie CSGO oder so Wer ist das denn? Ich wusste gar nicht dass Batman Afroamerikaner ist Sieht aus wie Löwenkind Guck mal in den Kopf Das war geil Wie er aussieht einfach Löwenkind Alter Einfach Vor allem erstmal Arm nach vorne Junge Okay Dagegen ist meins ja Gold Was ist das? Der meister Bleeding Alter Der hat einfach so einen Hasen gemacht Oh Mann Einfach mal schreiben Einfach mal schreiben Oh Gott Ja Leute dann könnt ihr einfach auf den Teamspeak kommen Dann können wir dann zusammen auch mal zocken Wenn ihr Bock habt Was ist das denn? Was ist das denn? Das ist deins oder? Deswegen von Timmy Was hat denn der für Augenbrauen Alter? Wie das aussieht Wie das aussieht Wie das aussieht Wie das aussieht Und so ein Fernseher im Bauch Du dumm Mann Alter Das sieht besser aus wie das da Das sieht aus wie so ein Was ist das? Das sieht aus wie so ein Atari Spiel Von früher Alter E.T. 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 Da haben sie auch gefunden damals ne? Ja Die Spiele haben sie gefunden in der Wüste Ja ja Oh Mann ey Alter Ach Leute Die Idee ist gut aber Ich weiß nicht Man weiß was Sieht eher aus wie Pac-Man Ich geb meh Also ich find's auch meh Das ist einfach gar nichts Aber das mit dem Regen find ich geil Das hat der gut getroffen Gute Idee eigentlich Diese Dark Knight Diese Dark Knight Idee Auf jeden Fall ganz lustig Oh das Das ist gar nicht schlecht Gut Da hätt er aber mehr machen können Bin ich ehrlich sein Geht aber trotzdem gut Ich mach okay Ich bin der Kritiker vom Dienst Das ist gar nicht so schlecht Ich kritisier an allem was Außer an meinem eigenen Jetzt Dark Wolf Alter Jetzt Dark Wolf Alter Jetzt direkt nach geht schon Was ist das denn Bitte töte mich sagt er nur Er guckt mich an und sagt Bitte töte mich Er guckt einfach wie so Was hat der für Füße alter Ein paar Paddel hat der Guck dir meinen Hintern an Er wollte den Entenmensch machen Äh ja gut Da fand ich aber das erste besser Von den beiden Das heißt hier mach ich ein Ah ja Ja das geht Es geht Es ist okay Du hast eine Gürtelschnalle Ja das ist ja diese Gürtelschnalle Von dem Sollte ja da stehen glaube ich Der hat doch dieses äh Lure auf der Gürtelschnalle Ja Boah ich glaube Wenn du gewonnen hast Junge ich fress ein Wesen Ja der Afroamerikaner Das Löwenkind hat gewonnen Löwenkind einfach Alter das sieht echt aus wie ein Löwenkind Nice dritter Platz Auf jeden Fall richtig gut Wollen wir noch eine kurz hier her schieben Also ne ne wir machen jetzt hier erstmal Schluss Wegen dem genau sind schon 10 Minuten Und Leute wie gesagt unten steht die Video In der Videobeschreibung ist die IP zum äh TeamSpeak Genau zum TeamSpeak Und natürlich auch Baron Könnt man auf seinem Kanal abchecken Da gab es auch ne geile Runde Minecraft Master Builders Wenn es euch gefallen hat Leute Lasst euch auf jeden Fall ein Like da Und wir sehen uns dann definitiv Am TeamSpeak Bis dann haut rein Ciao